Wie lange wird eure SSD noch halten? Wie lange wird die noch funktionieren? Was kann man machen, damit die SSD in einem guten Zustand bleibt? Wie kann man eine SSD kontrollieren? Ob da vielleicht schon Defekte drauf sind? Ob eine SSD schon verschleißt, zeigt auch, SSDs halten nicht ewig, auch wenn da keine beweglichen Teile sind. Das zeige ich mal in diesem Video und das ist auch gar nicht so schwer und kostet vor allem nichts. Die Software kann man sich kostenlos runterladen. Bei SSDs macht es einen riesen Unterschied, ob man da so eine konventionelle 2,5 Zoll SATA-SSD hat in einem Plastikgehäuse oder eben eine neue M.2 NVMe-SSD. Diese werden ja direkt aufs Mainboard drauf gebaut und die sind natürlich entsprechend schneller als 2,5 Zoll SATA-SSDs. Die sind aber auch viel anfälliger für Wärmeentwicklung, für Hitze und die überhitzen leicht, wenn man eben viel drauf schreibt. Bei den herkömmlichen Festplatten hat man ja oft relativ leicht voraussehen können, wann so eine Festplatte kaputt gegangen ist. Die haben ja eine gewisse Geräuschkulisse, wenn die sich geändert hat, dann war das schon mal kein gutes Zeichen. Konnte man voraussehen, okay, diese Festplatte, die muss ausgetauscht werden. Da hat es dann geklackert oder da kamen irgendwie Kratzgeräusche raus. Das hat man bei SSDs ja nicht mehr. SSDs, die fallen ja gerne von jetzt auf gleich aus. Von heute auf morgen, da schaltet man den Rechner ein, dann funktioniert der Rechner nicht mehr. Dann wird das Laufwerk nicht mehr gefunden. Gestern hat es noch funktioniert. Aber auch bei SSDs gibt es gewisse Vorwarnzeichen, dass eben so eine SSD in keinem guten Zustand ist, dass die ausfallen kann, dass irgendwas nicht stimmt und dass man die ersetzen sollte. Ein Hinweis, dass so eine SSD gerade am Ausfallen ist, das kann eben zum Beispiel die Bootzeit oder die Zeit des Herunterfahrens von Windows, vom PC, vom Laptop sein. Wenn euer Rechner auf einmal irgendwie länger braucht zum Hochfahren, kann das natürlich an der Software liegen, an irgendwelchen Updates, kann aber auch ein Zeichen dafür sein, dass die SSD kaputt ist und nicht mehr richtig aus den Zellen gelesen werden kann. Das gleiche gilt eben auch für runterfahren. Wenn ihr euren Rechner runterfahrt, auf einmal dauert es eine halbe Minute, eine ganze Minute, dann kann das schon sein, dass gewisse Sachen nicht richtig geschrieben werden können. Wenn man Software startet, dann dauert es normalerweise nicht lange, wie bei diesem Rechner. Zack und schon ist eben die Software hier gestartet. Wenn das aus irgendeinem Grund bei euch immer länger dauert, während im Betrieb von Windows oder eben auch von Linux, dann kann es schon sein, dass es ein Problem eben mit den Zellen gibt, mit den Zellen der SSD, ganz egal, eben ob 2,5 Zoll SSD oder eben NVMe SSD, dann kann es sein, dass eben diese Zellen abgenutzt sind. Und das ist tatsächlich der Fall. Diese Zellen, die halten nicht ewig. Wenn euer PC ganz normal funktioniert, mit Linux oder mit Windows drauf und ihr startet Programme und öffnet irgendwelche Dokumente, speichert die auf der SSD und irgendwie dauert das so lange, das heißt, da sind immer irgendwelche Verzögerungen drin, kann das auch gut ein Zeichen dafür sein, dass ein Problem mit der SSD vorliegt. Auch ein Zeichen für eine defekte SSD ist, wenn sehr viele defekte Dateien drauf sind, klickt man auf Eigenschaften bei dem entsprechenden Laufwerk auf der SSD, was man da überprüfen möchte. Hier gibt es eben den Punkt Tools bei Windows, klickt man hier auf Prüfen, Laufwerk scannen. Da sollten normalerweise keine oder bis ganz wenige Fehler gefunden werden. Und man sieht hier auch schon, das dauert auch nicht lange bei dieser SSD. Hier ist eine Samsung NVMe eingebaut, das dauert hier keine Minute. Und normalerweise sollten da keine Fehler sein. Wenn bei euch Fehler gefunden werden, ist erstmal nicht weiter schlimm. Aber wenn ihr den PC jeden Tag scannt und jeden Tag neue Fehler da sind oder neue Fehler auftauchen, dann ist mit Sicherheit die SSD defekt. Da gibt es auch hier an dieser Stelle noch den Punkt Optimieren bei Windows 11. Da sieht man hier Solid State Laufwerk, das wird auch richtig erkannt. Ich klicke mal auf Optimieren drauf und schon fertig. Länger dauert das nicht bei einer SSD und wenn das bei euch länger dauert, dann stimmt mit eurem Laufwerk auch was nicht. Die meisten User, die surfen ja heutzutage. Und da kennt man ja eben seinen Browser und auch das Verhalten von Webseiten. Ich habe hier einfach jetzt mal Firefox gestartet und das ist so die normale Geschwindigkeit hier bei diesem Rechner. Und wenn das jetzt länger dauert, dauern sollte, dann kann es natürlich sein, dass der Browser im Hintergrund einen Upgrade macht oder das Windows Updates installiert. Aber wenn das nicht der Fall ist und es dauert trotzdem länger, dann sollte man das Laufwerk mal kontrollieren. Die meisten Hersteller von SSDs, von M.2 NVMe SSDs, die bieten natürlich auch Software an. Zum kostenlosen Runterladen auf der Webseite zeige ich mal verschiedene. Und da gibt es Software für Kingston, für Samsung, für Crucial, für Seagate, Western Digital, Silicon Power. Die haben alle eigene Softwarepakete, mit denen man die jeweilige SSD prima überprüfen kann. Habe ich hier mal runtergeladen. Samsung Magician, dann Kingston Manager, dann gibt es hier Crucial, dann Z-Tools, Western Digital, Silicon Power. Lexa zeige ich auch mal. Lexa, SSDs sind ja gerne eingebaut, in Notebooks, die man fertig kaufen kann, in Mini-PCs. Ich habe Samsung Magician schon mal gestartet. Das ist dieses Programm, was man eben schon im Hintergrund gesehen hat. Und in diesem PC eingebaut ist eine Samsung SSD 970 EVO. 250 GB Laufwerkszustand wird hier auch bewertet. Und der ist gut. Und das sieht erstmal ein bisschen belanglos aus. Gut und geschrieben. Aber das ist wirklich wichtig. Gerade eben bei M.2 NVMe SSDs. Da sieht man einmal die Temperatur, hier 35 Grad und dann eben den Zustand von dieser SSD, der eben von diesem Programm bewertet wird. Das Problem von M.2 NVMe SSDs wie die, die man jetzt hier sieht, ist ja, dass die meistens auf dem Main-Bau direkt eingebaut sind, zwischen Grafikkarte und Prozessor. Die werden warm, die werden heiß. Wie? Muss man eben rauslesen über die Software. Meistens eben die Software vom Hersteller. Da gibt es auch noch Crystal Disk Info. Aber diese SSDs sind natürlich immer der Gefahr ausgesetzt, dass sie überhitzen. Das gleiche gilt natürlich auch für diese NVMe SSDs in Mini-PCs, wie er hier steht. Oder in Laptops, in Notebooks, Gaming-Laptops natürlich noch mehr. Da wird es richtig heiß innen drin. Und da muss man immer ein Auge auf die Temperatur der SSD werfen. Sonst verschleißt die sehr schnell oder geht direkt kaputt, wenn es zu heiß wird, wenn es überhitzt. Bei diesem Mini-PC ist auf der rechten Seite die SSD eingebaut. Hier zu sehen, da liegt die, das ist eine Lexa-SSD, wie es hier neben drauf steht. Und das ist der Deckel von diesem Mini-PC. Habe ich abgeschraubt daneben gelegt. Und hier sieht man ein Wärme-Light-Pad. Also diese SSD wird tatsächlich passiv gekühlt. Und dieses Wärme-Light-Pad, das klebt hier auf diesem Blech drauf. Also der Deckel von diesem Mini-PC ist tatsächlich ein Kühlkörper für die SSD. Die Temperatur der SSD, die man jetzt hier eben gesehen hat, ist 34 Grad. Und das ist natürlich relativ einfach zu machen, weil der PC ja keinen Gehäusedeckel hat. Aber wenn ihr einen PC habt oder eben einen Laptop, dann ist die Temperatur meistens höher. Schreibt einfach mal rein, welche Temperatur eure SSD da hat. Da haben mit Sicherheit viele was von, damit die das eben entsprechend mal vergleichen können. Hier unten, das ist eine interessante Option, die es bei Samsung gibt. Das ist dieses Over-Provisioning. Hier 25% wird angezeigt. Und das ist eine Methode, die eben die Lebensdauer der SSD verlängert. Das ist die Webseite von Samsung. Da wird das so ein bisschen erklärt. Verlängere die Lebensdauer deiner SSD, indem Over-Provisioning freien Speicherplatz reserviert. Weder das Betriebssystem noch ein Anwender hat Zugriff, sodass dem Controller dieser Platz als Arbeitsspeicher immer zur Verfügung steht. Hier an diesem Rechner ist auch noch eine Silicon Power SSD angeschlossene 2,5 Zoll SSD per SATA. Da gibt es auch eine eigene Software, die Silicon Power Toolbox. Und die kann man hier starten. Die gibt es scheinbar aber nur in Englisch. Aber auch ganz wichtig, die zeigt hier unten die Temperatur an, eben von dieser SSD. Da gibt es hier nochmal den Punkt Gesundheit. Klicke ich drauf und hier sieht man verschiedene Stufen. Kritisch, Warnung und Gut. Und die ist noch in einem Top-Zustand. Und hier würde eben angezeigt werden, wenn man sie austauschen sollte. Also das ist nicht zu unterschätzen. Diese Tools, die bringen wirklich was. Das steht hier unten auch noch. Die geschätzte Zeit, die verbleibt eben, um die zu nutzen. Das sind 100 Prozent. Und das reduziert sich eben. Also SSDs, die verschleißen tatsächlich. Da gibt es hier auch den Wear-Out-Count, also den Abnutzungszähler. Da werden eben die Werte nochmal direkt angegeben. Und ich kann mir auch hier die Smart-Werte anzeigen lassen. Kann es auch direkt so auslesen. Das ist natürlich hier sehr technisch. Einfacher ist eben jetzt die Anzeige per Balken, also die grafische Anzeige. Ich habe die SSD mal gewechselt. Das ist jetzt die Kingston-SSD, die an SATA angeschlossen ist, an diesen PC. Die wird auch durch die Kingston-Software direkt erkannt. Da kann man natürlich jetzt sagen, okay, mache ich es ein bisschen einfacher. Ich nehme einfach so einen Adapter und schließe eine SSD an diesen USB-Adapter an. Und stecke das dann hier in USB rein. Hier zum Beispiel in den Mini-PC. Prinzipiell wird so eine SSD natürlich auch von Windows erkannt. Aber viele dieser Programme, viel Software von den Herstellern erkennt dann die SSD nicht, was eben an diesem Adapter liegt. USB auf SATA. Also wenn man solche Software nutzen möchte, sollte man die SSD genau so anschließen, eben wie vorgesehen, entweder an SATA oder eben hier einbauen mit M.2 in den Rechner rein. Ich habe hier die Kingston-Software gestartet. Die scheint erstmal nicht so ganz professionell zu sein. Hier oben sieht man, dass da die Schrift teilweise verdeckt ist. Aber technisch gesehen scheint die zu funktionieren. Ganz wichtig, hier unten sieht man das. Da gibt es eben den Zustand der SSD, die Gesundheit. Und da gibt es hier den SSD Wear Indicator. Also den Grad der Abnutzung ist ja 99%. Also da ist noch einiges an Lebenszeit drin. Und dann, auch wieder ganz wichtig, die Temperatur 26 Grad. Scheint ein bisschen kühler zu sein. Ich kann mir das Ganze hier auch nochmal angucken. Hier oben steht dann, nicht korrigierbare Fehler. Null, das ist natürlich immer schon mal gut. Die ist ein bisschen benutzt, aber ist immer noch in einem Top-Zustand. Und das ist auch wichtig. Bei diesem Reiter Firmware, da sieht man auch, dass man eben Firmware-Updates machen kann. Hier kein Firmware-Update verfügbar. Und das ist auch sehr wichtig eben für die Lebensdauer. Da habe ich dann hier das entsprechende Video zu. Da eine SSD kann jederzeit ausfallen, wo Hersteller auf den Webseiten auch implizit sagen, dass man eben ein Firmware-Update machen soll. Gerade eben für Hochgeschwindigkeits-SSDs, für große SSDs. Wenn man irgendwie eine 128 GB SSD hat, 2,5 Zoll. Wahrscheinlich nicht ganz so wichtig. Aber eben gerade bei NVMe, bei M2-SSDs sind Firmware-Updates eigentlich Pflicht. Ein Problem bei den kleinen M2-SSDs ist natürlich auch, dass man die beschädigen kann beim Einbau. Das ist ja alles hier super klein, hauchdünn, sehr fein. Da kann schnell was abbrechen. Diese Kontakte, die hier vorne dran sind, die kann man sehr leicht beschädigen beim Einbau. Die werden ja hier entsprechend eingebaut. Und dabei kann man natürlich schon mal so einen Kontakt abbrechen oder eben verbiegen. Wenn man so eine M2 eben selber einbaut, dann kann man unheimlich leicht so einen Kontakt hier beschädigen. Und die sind wirklich super fein. Im Video sehen die größer aus als hier in echt. Und ich versuche das mal hier reinzubauen. Man kann es natürlich so nicht reinschieben und in einem höheren Winkel auch nicht. Der Winkel muss ungefähr so 30, 40, 45 Grad sein. Dann kann man hier die SSD reinschieben. Das erfordert auch ein bisschen Kraft. Jetzt ist sie drin und dann wird die runtergedrückt und festgeschraubt. Aber wer da eben nicht vorsichtig mit umgeht, der kann eben hier die SSD beschädigen, die Bausteine, die drauf sind oder die Kontakte. Kann sein, dass es mal eine Zeit lang funktioniert, aber irgendwann kaputt geht. Ich habe jetzt die Crucial SSD angeschlossen und auch die Crucial Software runtergeladen. Die nennt sich hier Storage Executive. Die sieht auch wirklich sehr professionell aus und liefert auch alle wichtigen Werte. Und da kann man hier direkt schon mal schauen. Drive 0, das ist die Crucial SSD. Guter Zustand, so muss es sein. Hier unten auch wieder die Temperatur, 30 Grad. Eben war die noch 26 Grad, als ich den Rechner hochgefahren hatte. Ich kann mir auch hier Laufwerkdetails angucken. Dann kann ich hier die Crucial aussuchen. Dann wird die Crucial analysiert. Sehe hier auch wieder guter Zustand. Also alles prima. Hier unten steht auch dann insgesamt geschriebene Bytes. Das sind 3,68 Terabyte. Das ist auch ein ganz wichtiger Indikator, wie lange so eine SSD noch lebt. Die Gesamtzahl der geschriebenen Bytes oder Megabytes oder Gigabytes, die kannte man ja bei Festplatten, bei herkömmlichen Festplatten, die sich eben drehen. Normalerweise nicht, war ja irgendwie auch egal. Aber bei SSDs hat das eine andere Bedeutung. Habe ich hier in diesem Video mal gezeigt. Blende ich mal ein. Findet auch unten in der YouTube Videobeschreibung. Deine SSD hat eine begrenzte Lebenszeit. Das ist tatsächlich so. Das wissen die meisten aber gar nicht. Und da wird das ganz genau erklärt mit eben den TBW-Werten, Total Bytes Written. Und da sieht man dann verschiedene Hersteller mit verschiedenen Werten. Je nachdem, was für eine SSD ihr habt, hält eure SSD länger oder eben nicht so lange. Anders formuliert, SSDs sind generell auf Verschleiß ausgelegt. Also diese Zellen, die in dem Video erklärt werden, die halten eben nicht ewig. Die haben nur eine gewisse Anzahl von Schreibzyklen. 3,68 Terabyte ist jetzt nicht besonders viel. Da sollte noch Luft nach oben sein. Aber das muss man auf der Webseite vom Hersteller zum jeweiligen Modell nachschlagen. Auch hier bei Crucial gibt es eben dieses Over-Provisioning und auch den Geräteselbsttest. Ich lege einfach mal drauf, das funktioniert aber nicht mit jeder SSD. Je nachdem, was da eben für eine SSD angeschlossen ist, kann sein, dass manche Modelle das unterstützen, manche nicht. Diese Selbsttests, die bei den Programmen und bei den Apps von den Herstellern angeboten werden, die sind natürlich deutlich aussagekräftiger als zum Beispiel das Scannen unter Windows, Das Scannen unter Windows ist nur ein Hinweis auf einen Defekt oder ein Hinweis eben, dass kein Defekt da ist. Aber zur Sicherheit sollte man eben so eine SSD auf jeden Fall mal mit der Software vom Hersteller scannen. Der gravierende Unterschied zwischen einer Festplatte und einer SSD, ganz egal ob M.2 oder S.A.T.A., das ist einfach der Controller, sieht man hier bei diesem Beispiel bei dieser Zendisk SSD, das ist der SM2246 XT. Und dieser Controller, der verwaltet eben den kompletten Speicher auf der SSD und auf diesen Speicher selber hat Windows überhaupt keinen Zugriff. Bei Festplatten war es ja so gewesen, dass Windows oder irgendeine Software auf die einzelnen Sektoren zugreifen konnte, auf Zylinder, auf Köpfe, auf Sektoren und da konnte man ja eben direkt auf die Geometrie der Platte zugreifen. Das geht eben bei SSDs nicht mehr, das macht alles der Controller. Deshalb braucht man meistens eben auch eine spezielle Software vom Hersteller, die eben diese SSD diagnostiziert. Ansonsten kann man da wenig über den Zustand aussagen, wenn man nur Windows oder Windows Software benutzt. Von Seagate gibt es auch so eine entsprechende Software, die nennt sich hier Seagate Z-Tools und damit kann ich eben auch Laufwerke scannen, oft auch Laufwerke, die nicht direkt von Seagate sind. Ich klicke hier mal bei Schnelltest drauf und da wird auch die Crucial getestet. Das ist natürlich eher suboptimal. Seagate macht so ein bisschen den Eindruck, als wollten die überhaupt keine SSDs verkaufen. Wenn man da auf die Webseite geht, wird eigentlich immer nur von Festplatte geredet. Hoffentlich gibt es die noch ein bisschen länger. Seagate-Festplatten, die sind natürlich aktuell im Serverbereich mit 4 Terabyte oder größer. Da sind SSDs momentan noch nicht so wirtschaftlich, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. Also hoffentlich verpasst Siege da den Anschluss nicht. Wer eine Western Digital SSD hat oder eben auch Festplatte oder eine Zandisk SSD, der ist hier richtig. Bei Western Digital, das ist hier oben zu sehen. Western Digital Zandisk Dashboard heißt das Ganze. So sieht das Ganze dann aus. Und da kann man eben Western Digital Laufwerke und Zandisk SSDs mit scannen. Zandisk wurde ja von Western Digital aufgekauft. Also Western Digital wollte den Anschluss zu SSDs auch nicht verpassen und hat komplett eben Zandisk erworben. Und deren Technologie fließt eben jetzt in Western Digital ein. Man darf gespannt sein, was da als nächstes an SSDs von Western Digital auf den Markt kommt. Von Lexar gibt es auch eine Software, die nennt sich Lexar SSD Dash. So sieht das Ganze aus. Zustand gut. Hier, das ist jetzt der Mini-PC, den man da gesehen hat im Video. Da ist eine Lexar SSD eingebaut. Findet man auch sehr oft in Notebooks, in Gaming-Notebooks, Mini-PCs, die eben vorassembliert sind. Einzeln so kaufen, das ist wahrscheinlich eher selten, aber die werden eben meistens dann von Computerherstellern verbaut. Temperatur 32 Grad, das ist auch okay. Gerade eben beim Laptop, bei einem Mini-PC immer ein Auge drauf haben, wie die Temperatur. Da ist der Temperaturverlauf, weil es gibt ja auch verschiedene PC-Express-SSDs. Es gibt die langsamen und es gibt die schnellen. Das ist der Wikipedia-Artikel zum Thema PC-Express. PC-Express, das kann ja alles sein. Das kann eine M2 sein, das kann natürlich auch die Grafikkarte sein oder andere PC-Express-Geräte. Hier, das ist eine interessante Tabelle, die ist auch wirklich wichtig. Da sieht man hier PC-Express-Version, 4.0, 5.0, 6.0 und das ist jetzt 2019. Viele schnelle SSDs sind eben 4.0 und die haben bis zu 16 Gigatransfers pro Sekunde hier eben eingebaut. Das ist eine 3.0er, die ist ein bisschen langsamer, aber wenn man sich eine ganz neue kauft, eine 5.0 zum Beispiel, eine NVMe 5.0 PC-Express, hat man eben die Vierfachgeschwindigkeit von 3.0, meistens auch die entsprechend höhere Wärmeentwicklung. Das ist ein schönes Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel eine Samsung 980 Pro NVMe SSD, sieht man hier oben in der Beschreibung, 2TB und die unterstützt eben PC-Express-Version 4.0, die kann bis zu 7.000 MB lesen, 5.000 MB schreiben. Die wird aber auch warm, wenn man viel drauf schreibt. Das hier, das ist eine Crucial mit einem TB, 5. Generation, also PC-Express 5 und die ist natürlich noch mal deutlich schneller und die wird natürlich auch noch mal deutlich wärmer, heißer als eben SSDs mit PC-Express 4 oder eben 3 und die sollten natürlich entsprechend gekühlt werden und da muss man auf jeden Fall immer ein Auge drauf haben, was da die Temperatur macht. Früher bei Festplatten, da hatte man das irgendwie nicht so in der Hand, wie da die Ausfallwahrscheinlichkeit ist. Bei SSDs, ganz egal ob jetzt hier 2,5 Zoll SSDs oder NVMe SSDs, hat man aber viel mehr Tools an der Hand, die man starten kann, wo man seinen Rechner überwachen kann, wo man eben auch schauen kann, wie heiß wird die, in welchem Zustand ist sie. Das wird ja eben bei der Software direkt gesagt, das hatte man eben bei Festplatten nicht, da sind die entsprechend irgendwann mal ausgefallen, aber hier bei SSDs hat man die Möglichkeit, das quasi vorherzusehen, da immer ein Auge drauf zu haben und das sollte man auf jeden Fall auch machen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, welche Erfahrung ihr mit SSDs gemacht habt, ob die schon mal kaputt gegangen ist bei euch, ob da Daten verloren gegangen sind, ob ihr das schon mal vorher sehen konntet, eben mithilfe solcher Software und schreibt mal in die Kommentare, wie lange eure SSD gehalten hat, das ist mit Sicherheit auch für andere interessant. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben und besucht mal die Seite Tooltime.de und die Seite Tooltime.pedia. Das ist die Seite Tooltime.de, da gibt es über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner repariert, wie man seinen Windows 10, Windows 11 oder Linux installiert und schneller macht, wie man seinen Drucker repariert oder wie man seinen Notebook auseinanderbaut und repariert und jede Menge Tipps und Tricks. Besucht da mal die Seite Tooltime.pedia, das ist diese hier. Tooltime.pedia ist ein Hardware-Archiv und Software-Archiv aus den letzten 30 Jahren. Da findet man Hardware wie Grafikkarten, Grafikbeschleuniger, wie Mäuse, wie Software, Spielekonsolen, TK-Sachen, komplette PC-Systeme, was sie damals konnten und was sie damals gekostet haben.